Hallo, Servus und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Löcherbohren beziehungsweise etwas an der Wand befestigen und als erstes kommt es natürlich darauf an, was möchte ich denn an der Wand befestigen. Wenn ich einfach nur ein Bild oder einen Wandkalender aufhängen möchte, dann reicht meistens einfach nur ein einfacher Nagel oder ein Bilderhaken. Wenn ich allerdings schwerere Geräte oder Küchenschränke befestigen möchte, dann werde ich meistens um das Thema Bohren nicht herumkommen und da kommt es jetzt darauf an, was habe ich denn überhaupt für eine Wand. Meistens ist die Wand ja irgendwie verputzt oder gestrichen und ich weiß nicht was darunter für eine Wand ist. Aber, das kann man natürlich herausfinden, die typischen Materialien aus die Wände gemacht sind, sind zum Beispiel Riehgipswände oder auch Holzvertefelungen. Hier muss ich dann natürlich nicht bohren, da reicht, wenn ich die Schraube direkt hineindrehe oder für Riehgips zum Beispiel, wenn ich etwas habe, gibt es auch diese Riehgipsdübel oder noch besser Federklappdübel. Die sind zwar auch nicht unendlich belastbar von der Stärke, aber halten doch zumindest einiges aus. Dann gibt es die Gasbeton- oder Porenbetonbausteine. Das sind ziemlich leichte Bausteine und auch etwas weich. Hier kann ich zum Beispiel eine große Schraube direkt in die Wand drehen. Das sollte meistens dann auch halten. Es kann sogar passieren, wenn ich hier mit Dübel arbeite, dass die Wand so weich ist, dass der Dübel beim Festschrauben dann durchdreht. Außer er benutzt diese speziellen sogenannten Gasbeton-Dübel. Mit denen klappt die Befestigung in Ütung-Wänden eigentlich immer recht gut. Dann haben wir natürlich die klassischen Ziegelwände, wie es in den meisten Einfamilienhäusern oder auch Wohnungen sein wird. Hier muss ich natürlich bohren und entsprechende Dübel setzen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Betonwände, die kommen meist eher in Hochhäusern vor oder in den Wohnungen im Kellern. Hier muss ich auf jeden Fall bohren. Hier bleibt mir nichts anderes übrig. Und wenn ich hier richtig was schweres befestigen möchte, dann gibt es sogar sogenannte Anker. Die werden dann eingeschlagen. Hier kann ich richtig schwer belasten, aber ich bekomme sie auch nie wieder heraus. Wenn dann, wenn ich es nicht mehr brauche, muss ich diese abflexen. Bevor ich jetzt das Loch bohre oder auch den Nagel einschlage, sollte ich aber vielleicht einmal wissen, was befindet sich denn eigentlich unter der Wand, kann ich da irgendwas beschädigen. Typischer Fall Elektroleitungen. Dazu schauen wir uns hier mal ein Beispiel an. In einem normalen Raum sieht man ja lediglich nur die Schalter und die Steckdosen. Wenn wir jetzt einmal den Putz entfernen und von einer Ziegelwand ausgehen, dann könnten zum Beispiel die Leitungen bzw. Leerrohre so verlaufen. Man kann nach der groben Richtlinie gehen, dass diese Leitungen nur senkrecht verlaufen dürfen und auf Höhe der Steckdosen am unteren Bereich quer verlaufen dürfen oder auch im Bereich ca. 20 bis 30 Zentimeter unter der Decke quer verlaufen. In einer Küche oder in einem Bad, in der man Arbeitssteckdosen auf der Höhe ungefähr von 1,10 Meter hat, dürfen die Leitungen auch quer verlaufen. Was eigentlich grundsätzlich verboten ist, ist, dass Leitungen irgendwie schräg durch die Wand laufen. Jetzt kommt aber das Traurige daran, auf das kann man sich absolut nicht verlassen. Im Laufe der Jahrzehnte und vor allem bei den Hobby-Elektrikern kann es auch schon mal sein, dass Leitungen schräg durch die Wand laufen. Ich muss zumindest damit rechnen. In den Wänden können natürlich nicht nur Elektroleitungen sein. Es können auch Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Lüftungsrohre oder Heizungsleitungen gehen. Prinzipiell kann man sagen, es kann einfach immer sein, dass an irgendeiner Stelle in der Wand irgendwas in der Wand ist, das man beschädigen könnte. Hier habe ich einen kleinen Tipp für euch, wie man vielleicht finden kann, ob an der Stelle, an der man bohren muss, etwas in der Wand ist. Das funktioniert allerdings eigentlich nur bei Ziegelwänden. Und zwar suche ich mir einfach die Stelle aus, an der ich bohren möchte und nehme mir einen Schraubenzieher, einen Schlitzschraubenzieher, der ungefähr so breit ist wie der Dübel, den ich einschlagen möchte. Jetzt fange ich an dieser Stelle einfach mit dem Schraubenzieher an, ein Loch zu drehen. Immer wieder ein paar Millimeter, dann schaue ich wieder in das Loch rein und sollte ich das Glück haben, dass ich plötzlich unter dem Putz Ziegel finde, dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich hier auch ohne Probleme bohren kann. Wenn nicht, würde ich vielleicht eben auf eine Leitung, auf ein Installationsrohr, auf ein Elektrorohr oder auf ein Kabel stoßen und hätte es aber mit dem Schraubenzieher sicher noch nicht so beschädigt, dass es komplett kaputt wäre und dass man es vielleicht austauschen müsste. Jetzt kommen wir aber zu dem Problem, das ich hier bei mir zu Hause zum Beispiel habe. Das ist ein älteres Haus, ein älteres Mauerwerk und hier kann es oft passieren, dass die Dübel nicht halten, dass beim Bohren das Loch zu groß wird oder ausschlägt und ich dann es nicht richtig fest bekomme. Darum habe ich jetzt ein paar Tipps für euch, wie ihr trotzdem eine Schraube hier Bomben festmachen könnt. Das erste wäre schon einmal, wenn ich weiß, dass die Wand nicht besonders ist, dann wähle ich einfach von Haus aus meinen Bohrer schon mal eine Nummer kleiner. Wenn ich zum Beispiel einen 6er Dübel brauche, nehme ich mir einen 5er Bohrer. Wenn ich einen 8er Dübel brauche, nehme ich den 6er Bohrer und bohre erst einmal mit diesem. Sollte das Loch jetzt ausschlagen, habe ich trotzdem ein engeres Loch und kann vielleicht mit dem Hammer den Dübel etwas mit Gewalt in die Wand bekommen und kann dann aber davon ausgehen, dass er besser hält, wie wenn das Loch mit dem richtigen Bohrer ausschlägt. Wenn ich jetzt aber schon gebohrt habe und feststelle, der Dübel hält nicht, dann kann ich jetzt immer noch mit dem Dübel eine Nummer größer versuchen und vielleicht auch die Schrauben dann eine Nummer größer beziehungsweise kann es auch sein, dass die gleiche Schraube für den 6er Dübel zum Beispiel auch im 8er Dübel hält. Vielleicht muss ich da nur eine etwas längere nehmen. Dann kommen wir auch gleich zu dem Thema Dübel selber. Wenn ihr schon schlechte Wände habt, dann verwendet Markendübeln. Diese normalen Dübel, die bei gekauften Lampen oder anderen Geräten oft mit dabei sind. Die könnt ihr meistens komplett in die Tonne treten. Die halten von Haus aus schon nicht, auch in den guten Wänden. Nehmt euch richtige Markendübel, die sind meistens auch ein bisschen dicker und ihr werdet sehen, das hilft schon alleine, dass die Dübel bzw. die Schrauben dann fester werden. Was noch funktionieren könnte, ist, dass ich sogenannte Schlagdübel verwende. Hier ist meistens die Schraube im Dübel schon drin und der wird einfach nur in die Wand gesteckt und dann mit einem Hammer eingeschlagen. Hier habe ich den Vorteil, dass das Ganze nicht gedreht wird und sich der Dübel so in dem Loch nicht lockern kann. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ihr einfach tief genug bohrt, so dass zwei Dübel in der Wand Platz haben oder der erste Dübel viel tiefer in der Wand drin steckt. Meistens halten die dann da etwas besser, als wenn ihr die Dübel nur bis zum Rand einschlagt und dann einfach längere Schrauben nehmen und so kann auch der Dübel bzw. die Schraube schon ziemlich fest werden. Was machen wir jetzt, wenn mit Dübeln gar nicht mehr zu arbeiten ist? Da gibt es jetzt folgende Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, eine speziellen zwei Komponentenmasse zu kaufen, mit der man das Loch dann ausspritzt, aber das ist meistens recht teuer und sowas, wenn man schnell braucht, hat man natürlich jetzt auch nicht zu Hause. Es gibt noch die radikale Methode, dass ich einfach durch die Wand komplett durchbohre und dann einfach eine Gewindestange nehme und von der anderen Seite mit Scheibe und Mutterkonter. Wenn ich auf der Rückwand jetzt eine schöne Wand habe, im Wohnzimmer zum Beispiel, möchte ich natürlich hier nicht die Gewindestange mit der Mutter raus stehen haben. Da könnte ich zur Not dann ein kleines Loch in den Putz hauen und schauen, dass die Mutter mit der Scheibe halt in der Wand versenkt ist und muss das Ganze halt dann wieder verspachteln und drüber streichen. Aber es hilft halt einfach nichts, wenn ich einfach zum Beispiel einen Küchenschrank an dieser Stelle befestigen möchte und er hält nicht, dann muss ich das halt mal in Kauf nehmen. Jetzt gibt es aber doch noch einen ganz speziellen Trick, der bei mir auch meistens funktioniert hat, wenn bis jetzt jeder Dübel versagt hat und das zeige ich euch als nächstes. Diesen Trick brauche ich meistens dann, wenn ich eine Altbauwand habe und dann auch noch zufällig die Fuge zwischen den Ziegeln erwischt habe, denn hier hält meistens überhaupt nichts. Da kann ich jetzt folgendes machen und zwar suche ich mir ein Holzstückchen. Ein richtig altes, schönes, trockenes Holzstückchen und schneide das auf die Größe ungefähr von dem Loch zu, dass es aber noch etwas größer ist. Jetzt setze ich das Ganze an und schlage es einfach mit einem Hammer mit Gewalt in dieses Loch rein. Wenn ich den Holzkeil etwas zu lang gemacht habe, dass er sich nicht in die Wand einschlagen lässt, dann muss ich halt was übersteht später mit einer Säge noch abschneiden. Das ist jetzt so verkeilt, dass es sich garantiert nicht mehr lockern wird und hier kann ich jetzt auch wunderbar eine Schraube in das Holz drehen. Die spreizt das Holz noch mal zusätzlich und ich kann mir sicher sein, dass das wirklich auch fest ist. Meistens entsteht zwar dadurch ein größeres Loch, weil der Putz außenrum auch noch abbröckelt. Hier muss ich halt zur Not, wenn es eine schöne Wand ist, daneben wieder etwas verputzen, ausgleichen und wieder streichen. Aber ich weiß, dass zumindest die Schraube sicher halten wird. Soweit jetzt dazu und jetzt zeige ich euch noch kurz, wie man Löcher am besten an einer gefließten Wand bohren kann. Grundsätzlich beim Bohren an gefließten Wänden empfehle ich euch den Schlag eurer Schlagbohrmaschine auszuschalten. Durch den Schlag fangen die Fliesen bzw. die Wand das Vibrieren an und die Fliesen können sehr leicht brechen. Ganz schlimm ist es vor allem, wenn ihr knapp neben der Fuge bohrt. Darum mein Tipp von Haus aus, wenn ihr etwas befestigen müsst an gefließten Wänden, bohrt immer in den Fugen. Wenn das für euch möglich ist, für das was ihr befestigen wollt, nehmt euch einfach die Fugen. Hier kann man am leichtesten bohren auch erstmal ohne Schlag. Und der Vorteil sollte das, was man daran befestigt hat, später mal wieder wegkommen. Dann mache ich wieder einfach Fugenmasse oder Silikon rein und schon sieht man davon nichts mehr. Wenn ich das in der Fliese mache, habe ich da immer ein Loch. Das kann ich zwar zumachen, aber es wird immer mehr auffallen, wie wenn ich es hier an der Fuge wieder zumachen. Jetzt noch mal zum Schlag. Solange ohne Schlag bohren, bis ihr durch die Fliese hindurch seid. Danach kommt es natürlich wieder darauf an, was ist hinter der Fliese. Wieder eine Riehgipswand, Holzwand oder Beton- oder Ziegelwand. Dann kann ich natürlich wieder mit Schlag weiter bohren oder entsprechend vielleicht wieder nur eine Schraube rein drehen, wenn es sich um eine Riehgips- oder Holzwand handelt. Sollte das einfach nicht funktionieren, dass sich der Bohrer ohne Schlag durch die Fliese kratzt, dann kommen wir nicht drum rum, dass wir den Schlag doch einschalten. Dann aber ganz langsam und vorsichtig bohren, nicht drücken, sondern den Bohrer sich wirklich mit ganz leichtem Schlag durch die Fliese fressen lassen. Und das war es auch wieder für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tipps geben. Wenn es euch gefallen hat, natürlich liken und abonnieren, würde mich sehr freuen. Schaut mal unten in die Beschreibung, da habe ich das Ganze in Kapiteln eingeteilt. Da könnt ihr doch mal die einzelnen Kapitel nachschauen. Außerdem findet ihr dort einen PayPal-Me-Link oder eine Amazon-Wunschliste, falls ihr mir was Gutes tun wolltet. Würde mich natürlich sehr freuen. Und ansonsten vielen Dank fürs zusehen und bis zum nächsten Video. Servus!